Die Übertragung der Daten und der Aktivierung vom Smartphone zur HM-Box kann bis zu zwei Minuten dauern. Die LED-Leuchte auf der HM-Box beginnt zu blinken. Das bedeutet der Messvorgang und der Diebstahlschutz sind gestartet. Sobald die Aktivierung abgeschlossen ist, ertönt zweimal eine akustische Piepserie. Die Anzahl der Piepen zeigt die Empfangsqualität an. Das Piepsen bedeutet auch, dass die Daten erfolgreich an den Server gesendet wurden. Nach circa fünf Minuten können Sie die erste Messung am Smartphone ablesen. Die Messung wird jetzt jede Stunde durchgeführt. Die aufgezeichneten Messdaten werden alle zwölf Stunden an den Server geschickt und stehen Ihnen überall zur Verfügung.